Ja, Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniro LB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir den Tempel des Feuers verlassen, ne, in der vorletzten Folge. Und haben eine kleine Rast gemacht, sowohl von Colette, dann haben wir noch den Tempel des Feuers erkundet, um die restlichen Schadstruhen einzusammeln, was nicht so geklappt hat. Und sehr viel haben wir eigentlich nicht erreicht, deswegen gehen wir jetzt weiter und machen einen sehr produktiven Part. Und ich möchte mal jemand anderen steuern, weil Colette zu steuern ist doch ein bisschen schwierig. Ne, Colette, ich will Colette steuern, aber ich möchte gerade steuern. So, jetzt habe ich hier nochmal irgendwie geguckt, ich werde ja auch nicht schlau, ich muss mir halt irgendwann mal richtig angucken. Entschuldigung, so, ich mache da mal in hier. Mein Orientierungssinn wohl nicht in Frage gestellt, also müssen wir wohl hier hin. Wer ist da? Oh, ich mache das. Ich bin bereit. Ich habe das gemacht. Ich habe keine Angst. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich glaube, sie ist auf sehr klischeehafte Weise irgendwie verschwunden, sagen wir mal, also, ja. So ein typischer Team Rocket Abgang war das irgendwie. Mein Kopf fängt an zu rauchen. Dennis, hör auf! Riecht auch diesen Rauch? Wahrscheinlich, ja. Aber ja, das ist ein schlechter Typ. Das ist nicht nur eine Schraube. Das ist eine Schraube. Wie gut, dass hier ein sehr... Ja, okay. Wohl recht an alle recht. Naja, was ich sagen wollte. Wir haben echt verdammtes Glück, dass ein sehr auffälliger roter Hebel mitten so auf der Straße liegt und ja. Lebst du noch? Hm. Gendes, wenn du jetzt wieder... Okay. Ich weiß, es ist ziemlich sinnlos, aber... Egal. Machen wir wieder zu. Und gehen unsere Wege. Das hat niemand gesehen. Schön. So. Wahrscheinlich werden wir diese Frau sowieso nie wieder sehen. Na, bist du ein Cyan? So, Kato. Ach ja, ich hab Kato. Und er ist auch manuell gestählt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo sind überhaupt seine ganzen Attacken? Fireball, Sonic Frost, Demon Fang... Oh, hier ist Stoneblast. Oder Guardian. Aua. Was ist das für ein kleines Messerchen, Kato? Sicher jetzt erst. Ach so, hier einer von Leahawk oder so? Irgendwas komplexieren. 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 Ja, aber auch immer. Wäre schon, was ich meine. Understatement. Pieks. Pieks. Was ist denn mit nem Zahnstocher, ey? Oh, Brötchen. Geil. Kochen. Ich sollte mal kochen. Genau. Warte mal. Da kann er gut kochen. Soll ich mal umstellen, ja. Mh. Sollen wir mal Reigns Kochbünziger fördern? Okay. Wow. Das Viech, das sieht voll böse aus. Voll schrecklich aus. Als würde das gar nicht hingehören. So. Sollen wir vielleicht einige hier analysieren? Einfach nur so. Wer? Hätte ich nicht gedacht. Okay. Kochen. Wer hat ein Level ab? Ich habe jetzt nicht gesehen. Nein. Äh, Kratos. Hatte glaube ich ein Level ab. Gut, hast du noch eine neue Technik gelernt? Äh. Ähm. Hallo? Was war das denn? Warum hat denn der Bildschirm nicht hochgescrollt? Jetzt kann ich die normale fertig machen. Ja, du leckst mich doch an. Mein Gott, man macht das Spiel mit mir. Oh, verdammt. Aua. So. Die bin Fang. Die bin Fang. Oh, ich stelle mir gerade so vor, wie Kratos hier voll mädchenhaft seine Attack ruft. Diesen Ding. Demon Fang. Sonic Trust. Aua. Sonic Peaks. Mein Gott. Kannst doch mal aufhören, mich zu treten. Das tut weh, wenn du mir gegen Schienbein trittst. Peaks. Au. So, komm her. Hat er eine neue Technik gelernt, Kratos? Waffen sind Liebe. Gerechtigkeit. Schmutzig. Warte mal gegen das Viech. Ja, egal. Die Viecher, die hier auf dem Feld rumlaufen, sind meistens sowieso nicht die gleichen gegen, die ich kämpfe. Ein Kampfstab. Wer? Gännis. Äh. Brain. Äh. Wow. Mein Gott. Die 9 Waffen lieber immer bekommen, ne? Die sind aber richtig immer. Über-powered. So. Kannst doch ruhig mal Angel-Fälle einsetzen, Colette. Was ist dagegen? Defense Up. Bad. Jawoll. Okay. Dann werden die immer Up. Ich bin voll hübsch aus hier. Nämlich irgendwie ein Rüdiger aus. Äh. Final Fantasy 4. So ähnlich aus. Komplett in grün. Okay. Jetzt ist es hier noch schön geradlinig. Ich werde es nehmen. Ich werde schweres decay zu lassen. revisieren After techiros können. Boah.. Mutenklö Warum Your Eyes make this fast? Du sollst doch schnell ganz verrückt. Machos mein Seder am Parlament. Rein so angenehmisen. Oh was ist der Detail für meinmassyahack? So, ich wollte schon sagen, geh weit weg, wenn du halt machst. Und Raynard hat schon wieder keine TP. Aua. Okay. Hm, Strategie. War ich Angriff gehindert, die höchsten Geschäfte? Nein. Heilen. Keine Fähigkeit, um agieren zu sein, wenn der TP-Wert unter 25% sind. Ja, komm. So, hi. Oh Gott, wie viele Gegner. Ich bin eine reine Kampfserie. Da war doch noch irgendwie so was von mir. So ein Running Dead. Kämpfer, Kämpfer, Mali. Aber jetzt sind die Parts ja immer ein bisschen länger. Weil ich sie wahrscheinlich nicht danach benennen. Außer, es passiert wirklich in diesen Parten nichts anderes. Außer, dass ich kämpfe. Rayn, was machst du da? Wow, was sagst du dazu, hä? Bin ich gut, ne? Ich bin gut, ne? Sag, dass ich gut bin. Sag meinen Namen. Und das war das. Magisches Tuch. Habe ich echt schon wieder keine Sachen zum Kochen übrig? Ja, Speicherpunkt. Tun. Monster. Magie weg. Ich will halt hier entspannt öffnen und so. Oh. Oh, doch. Cut. Nein. Na, Rudi. Was bist du für ein Viech überhaupt? Guck mal her. Andragora. Die sind doch sonst immer kleiner, oder? Ich habe ja gesagt, sie sollen Reserven mir haben. Warum hat sie ihnen immer noch vier? So, was haben wir hier? Apfelgel. Mischgel. Okay. Dann speichern wir mal. Nun habe ich das letzte Mal gespeichert. Ich werde ja immer verwertet, wenn die sich hier die Position wechseln. Ich werde es zwölf Minuten haben aufnehmen. Mein Gott, das ist ja voll kurz. Aber hier gibt es ja nicht so viele Umwege, die ich machen kann und so. Ich habe doch schon ein paar Kämpfe hinter mir. Bääää. Aua. Wie kannst du es wagen? Sie sind schon wieder am Heilen. Die ganze Zeit sind sie am Heilen. What? ETP. Hä? Hm. Ja. Ja, sowieso nicht geklappt. Kratos hat noch Heilmagie. Genau. Da sollte ich mal so Leute wieder wechseln. Jetzt habe ich den Kraftschub. Jetzt mache ich euch platt. Ha. Gut, dann wechseln wir mal mit... Uuuh. Mit... Mein Gott. Ihm. So. Es werden Leute am Start. Obwohl, ist auch blöde. Du hast Heilmagie, so. Benutze sie. Arrangegel. Okay, wo habe ich jetzt nochmal Tempest? Jawoll. Oh. Ein leicht bekleideter Magier. Ja, wir sind glaube ich schon gut gelevelt. Seit der letzten Session. Wie kann das sein? Ich bin... Hä? Hey. Hey. Warte! Hey, du hast dich getroffen! Ah, gut! Mach mal! Das ist ein kaltes Begriff. Du hast es schon gesagt, aber jetzt ist es nicht so. Auf jeden Fall! Ich werde dir sterben! fragt sich nur wer von dem mit starker ungeschickte körpern so mein gott hat sich mit der runde im tüter Oh, Spruch gelernt! Lightning! So, nächstes kommt Indignation, offensichtlich! Nein, Guinness! Fähigkeit, Alter! Gut, nächstes Mal setzt nach einem jemand, wenn er nie ist! Aua! Was willst du von Guinness? Mein Gott, Guinness! Warum ist sie denn nur auf ihn losgegangen? Ah, keine ETP. Vielleicht bist du schon mal ehrlich. So. Gehst du! Weg von Guinness! Aua! Lady! Vielleicht kannst du was klauen? Vielleicht kann man ja von mir was klauen. Nein! Sag! Mein Gott! Komm her! Schau mal nicht! Nein! 49! Boah! Ha! Heiliges Licht! Magisches Auge! Rainheld Recover! Boah! Jemand hat gerade ein Level Up! Ich hab noch nicht gesehen wer! Hey! Hey! So ein Dreck! Ich bin! Ich bin ausgut. Ich bin ausgut! Ich bin ausgut. Ich bin ausgut. Was ist denn noch draußen? Das Feld. Dann gehen wir erstmal hier an. So, Techniken... Okay. Weiter hier rein. Hm, was haben wir... Ey, was? Wer wagt das? Ah, ich hab die TP ausgeklopft. Ja, die Lady haben wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal gesehen. Aber, naja, schien wir nicht so einen professionellen Eindruck zu machen. Oder es war einfach nur Pech. Oder Colette hat einfach nur zu viel Glück. Kann natürlich auch sein. So, warte mal, hier noch. Oh ne, da rinnt, ich krieg da kotzen. Schwarz ist Silber. Ja, stimmt. Wir haben ja noch ein paar Sachen bekommen. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Heiliges Licht. Ach so, okay. Magisch ist Du, schwarzes Silber... So, werden wir... Heilen die sich überhaupt hier? No. Rain heilt sich nicht, was soll das denn? Ey. Dann gucken wir uns mal da hier um, da werden wir noch hoffentlich Lebenpartschuttle. Na warte. Und kratzt dann ein Level Up. So, hier haben wir nichts. Dann gehen wir weiter. Von hier kam ich, ne? Okay. Nein, ich möchte nicht gegen Simba kämpfen. Dauert auch noch ein bisschen bis jemand ein Level Up hat. Und da ist eine Truhe. Lederschutz. Ach, hier. Mein Gott. Lederschutz-Beteiligung. Wo ist sie? Hier. Ah, okay. Warum kann sie Brustpanzer tragen? Im Gegensatz zu dir ist Kulett sehr zart. Brustpanzer. Nein! Ich weiß schon jetzt wieder nicht, wo ich gekommen bin, wo ich gewesen bin und so. Oh, das ist nicht gut. Und so viele Eurydias hier. Was ist das denn? Ich will nur Huck dich und Kiss dich. Ah! Er hat's auch noch geschafft. So, wie dann? Das sieht ja falsch aus. Das finde ich gut. Von uns? Nein. Ja. Ach, ich bin so rumgekommen. Okay. Ja. So was ist für mich nicht selbstverständlich, okay? Du siehst gefährlich aus. Reißzahn. Und Erfahrungsgamer Level 1 gefunden. Nee, hör auf jeden Fall! Mit jetzt 하는 sind mir zwei Clearly Pun ugly. Argièrement. Ein bisschen Wie ein bisschen wie ein Stan mit dir. Ach, aus diesem Jahr. Es ist auch ein wenig. 1 okay warum ich muss es ich muss es einfach versuchen ich kämpfe ihr stark kämpft mit mir niemals obwohl das will ich aber nicht machen wo ich gespeichert habe ich würde mir sagen was ihr wollt nach dieser schatztruhe ab sofort sind unisono attacken verfügbar erläuterung lesen warum nicht bei einer unisono angriff greifen die teammitglieder nachher in der nahe um größeren schaden zu versuchen bevor ein u-angriff gestattet werden kann muss der maximale angriffspegel erreicht sein dieser pegel wird durch erfolgreiche mehrfach treffer während eines kampfes aufgeladen weil der maximale u-angriffspegel erreicht ist kann der u-angriff durch drücken von r3 eingeleitet werden die abfolge der unisono angriffs beginnt wenn der erste schlag des u-angriffs den gegner trifft oh gott okay durch das drücken der tasten werden die jeweils eingestellten spezialangriff nacheinander ausgelöst wie bei u-angriff verwendet die bei u-angriff verwendeten spezialangriffen brauchen keinen tp je nach genutzten spezialangriffen können zudem verbundene spezialangriffe auftreten probiere verschiedene kombinationen aus ja okay gesteuerter charakter das zuweisen der u-angriff zu den einzelnen tasten entspricht dem zuweisen von technik zu den tasten die für wegen und der jeweiligen taste können die techniken für die u-angriff ausgewählt werden vermeide den link analog sich so lange du das system nicht genau kennst und verbinde ausschließlich die tasten boah da werde ich mir werde ich mir irgendwie ich wollte eigentlich nur gegen das wie ich jetzt kämpfen ich werde jetzt erst einmal versuchen das eine ficht zu erledigen diesmal mit gennis im team er kann magie jetzt glaube ich wichtig und ja wenn jemand aber da rein und gucken mal vielleicht bringen wir diese polizone attacken wird auch wenn ich nicht weiß wie sie jetzt funktionieren ähm ich ähm so dann gucken wir mal du machst mich jetzt bestimmt fertig ne bereit zu sterben schwerttänzer was den kenn ich den kenn ich von tales of the abyss der stark er ist irgendwas aufgetaucht magisches auge ist gut ne den schaff ich nicht ja ja das war es dann wohl in diesem part von let's play tales of symphonia mein gott mach doch mal ein bisschen schneller ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten fall von let's play tales of symphonia also tschüss